Wenn Anja Gockel ihre Modenshow zur Fashion Week präsentiert, dann schlagen Frauenherzen höher. Die Powerfrau veranstaltete vor kurzem im Adlernhotel am Brandenburger Tor gleich zwei Modeveranstaltungen hintereinander. Anja Gockel präsentierte ihre neue Kollektion Weltgewand den gelahnenen Gästen mit professionellen Tänzerinnen und erntete begeisterten Applaus. Modeschöpfer Harald Blöckner präsentierte bei Anja Gockel seine pompösen Sonnenbrillen und VIP-Experte Andy Mohr probierte sie aus. Andy Mohrs Fazit, absolute Spitze, diese Sonnenbrillen sind modern, frech und einzigartig und haben zu Anjas Mode-Kollektion sehr gut gepasst. Zum Finale hatte Anja Gockel, eine aus der Ukraine geflüchtete Tänzerin, spontan engagiert. Diese präsentierte ein gelbes Kleid mit einer riesigen Schleppe in den Farm der ukrainischen Landesfahne. Zur Modenschau waren unter anderem auch TV-Moderatorin Bettina Kramer und Model Dani Michalski gekommen. Ja und neben mir steht Harald Blöckner heute bei der Fashion Week in Berlin. Und ja, wir haben ihn jetzt ganz kurz erst im Dschungel gesehen. Jetzt steht er hier mit ganz ganz Neuem, was ganz Fantastischem, nämlich Harald Blöckner macht Sonnenbrillen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich mache schon länger Sonnenbrillen, ist das irgendwie noch nicht bei euch angekommen. Aber ich bin, ja, ich mache schon lange Sonnenbrillen, viele Jahre. Aber wir haben jetzt im Lockdown uns zusammengefunden. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander in Kirchheim und in Hessen und haben beschlossen zusammen was machen. Haben eine wunderbare Kollektion gemacht von ganz klassisch bis ganz barock bis ganz pompös. Und es kommt auch sehr gut an. Wir haben jetzt Anfragen international, die die Brillen haben wollen und haben sie heute hier präsentiert. Und das ist doch eine schöne Sache. Wie kann der normale Interessent an die Brillen rankommen? Kann man die online bestellen oder kann man die... Das macht die Brüssel. Du kannst uns sagen, wie kommen wir an die Brillen von Harald Glöckner. Da gibt es verschiedene Wege. Einmal können sie zu uns ins Geschäft kommen, natürlich nach Taunusstein. Wir haben aber auch einen Online-Shop, da sind die Brillen verfügbar. Und der Online-Shop heißt brillenassistent.de. Da sind sie verfügbar und mittlerweile haben auch Kollegen oder das, genau. Und mittlerweile gibt es auch schon Augenoptiker-Kollegen, die die Kollektion an sich genommen haben, gekauft haben. Da sind sie dann auch zu erwerben mittlerweile.